Die Strecke Sie ist schnell, also pass auf. Der kleinste Fehler kann das Ende sein. Diese Saison wird vom ersten bis zum letzten Rennen eine unerbittliche Schlacht. Leg einen guten Start hin. Lenk dieses Auto hart ein, dann bricht das Heck aus. Fahr einfach so, wie das Auto es will. Dann landest du ganz vorne. Bleib cool und hol dir den Platz zurück. Hinter dir ist ein Unfall passiert. Gut, weiter so. Und hol dir den nächsten. Gut, weiter so. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein toller Start. Wenn du diese Position halten kannst, gewinnst du das Rennen. Wenn du diese Position halten kannst, gewinnst du das Rennen. Wenn du diese Position halten kannst, gewinnst du das Rennen. Du liegst fünf Sekunden vor Platz zwei. Bau den Vorsprung weiter aus. Die Position halten kannst, gewinnst du das Rennen. Das war die schnellste Rennrunde. Die Position halten kannst, gewinnst du das Rennen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schönes Manöver, mach das gleich nochmal Jetzt kannst du die Top 3 angreifen Fahr die Lücke zu Platz 1 zu Das sieht nicht gut aus, jetzt reiß dich zusammen Was ist das? Die erste Runde ist vorbei und du ziehst davon. Die erste Runde ist vorbei. 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 Top 3, jetzt hol dir Platz 2. Noch zwei Runden. Top 4, jetzt hol dir Platz 1. Die Hölle Stuhl, jetzt hol dir Platz 2. Er wird das Niveau. Der Platz 2. Der Platz 1. 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 Du bist gerade die schnellste Runde gefahren. Du bist gerade die 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 Runde gefahren. Ich habe hier zwei Autos, zwischen denen du wählen kannst. Du brauchst eins für die kommenden Events. Eine kluge Wahl. Mach weiter so. Du bist auf dem richtigen Weg. Du bist gerade die Runde gefahren. Du bist gerade die Runde gefahren. Du bist gerade die Runde gefahren. Du bist gerade die Runde gefahren.